Persönlichkeiten, schafft man die sich drauf? Ja, ich mach das auch für den Privatgebrauch. Ich kann das, so gut habe ich den Herrn noch nicht drauf, dass das wirklich für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Ich mach ihn auch dann auf Italienisch. Du machst den Papst auf Italienisch? Naja, er redet ja meistens. Den deutschen Papst auf Italienisch? Den deutschen Papst auf Italienisch. Ja, er spricht so. 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 Das war leider nicht. So dieses, liebe Brüder und Schwestern. Oha, Caro Markus. Das ist das Eremoscha, ne? Eremoscha, das bayerische R, ja. Das bayerische R, sagen die Italiener dazu, herrlich. Liebe Brüder und Schwestern, wunderbar. Also Papst ist einer der nächsten.